Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Community-Projekts und heute dabei ist der Julius, da ist er. Der ist jetzt hier links neben mir, der hat so einen ganz komischen Namen. Und ja, der Julius ist auch ein Zuschauer von mir, ja, ich habe ihm auch schon mal was geschickt, weil ein Autogramm von mir wollte, ne? Ja. Genau und wir spielen jetzt wie gesagt auf der Bereite 7-Map bis in SG. Ach, geht's schon los? Und wir gucken mal, wir gucken mal wie das Ganze läuft. Da bist du, da ist er. Der Gudin ist, warte, geht's, geht's? Ja, es leckt nicht, hatte gerade den Anschein, dass es ein bisschen leckt, aber ist okay. Gut, dann folg mir mal. Wo bist du? Ich bin hier, ich bin hinter dir, rechts, links, neben dir. Toll, wird doch nichts aus der Kiste bekommen. So, jetzt gucken wir einfach mal. Ich denke mal, da oben werden die meisten schon hingelaufen sein. Hier ist noch jemand, den können wir vielleicht mit der Hand boosten. Warte, so, da habe ich schon mal einen Kill gleich und zwar jetzt. Warte, 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 ich komme gleich hoch. Oh, ich muss hier hochkommen. So, dann lass mal schnell irgendwo wegrennen, weil wir brauchen nämlich Schwerter und sowas. Hatte der was bei sich, ne, oder? Ne. Der hat noch nichts ausgerüstet. Also, oh, Vorsicht, da kommt gleich jemand um die Ecke. Der hat, glaube ich, ein Schwert. Hm. Dann lass mal hier ins Haus reingehen, irgendwie so ein bisschen. Bist du dann, bist du rechts hoch? Ja. Ich bin rechts, genau, ich bin rechts und auch manchmal links, aber jetzt, erst mal bin ich rechts. Jetzt bin ich erst mal rechts. Hier, guck mal, in den ganzen Kisten ist überhaupt nichts drin. Drinne. Die kannst du durchsuchen, das ist echt Wahnsinn. Hä, was bringt das dann? Ja, zur, irgendwie, zur Ablenkung. Hier sind noch drei Kisten, hier ist nichts drin. Und von da unten, da kommt jetzt gleich jemand. Ich gehe gerade mal hier oben hin. Hier ist noch eine Kiste. Da ist auch nichts drin. Die ist auch Lehigh. Hi. So, äh, ich denke mal, wir haben so gut viel verschissen, weil, ich habe irgendwie nichts. Ich habe irgendwie nichts. Hier sind noch drei Kisten. Ja? Ja, da geht so eine Leiter hoch. Warte mal, warte mal. Wow. Ach, da bist du gerade, da bist du von da, bist du gerade gekommen. Ja. Was ist die? Oh, leck, leck, leck. Warte mal, dann schaue ich mal nach den drei Kisten. Ach, da, warte. Ne, die sind aber leer auch. Mhm. Die sind aber auch leer. So, warte. So, dann lass mal jetzt irgendwo hin, wo es, äh, vielleicht noch volle Kisten gibt. Also, ich kenne die aber nicht. Ne, du kennst sie nicht. Nein. Du kennst sie nicht. Ich kenne nur Gurme. Gurme. Dann müssten wir da vielleicht nächstes Mal. Es geht schon, aber egal. Kennst du wenigstens die Map ein bisschen so? Ja, die kann ich... Oh, hier ist ein Schwert. Hier ist ein Schwert. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal ein Goldschwert. Ich kann mir jetzt jetzt auf jeden Fall ein bisschen wehren. Warte, ich hole dir gleich ein paar Sachen. Kuchen. Wenn ich die Typen hier bekomme. Warte, ich habe gleich ein bisschen was für dich. Oh. Scheiße. Ich bekomme die Sachen einfach nicht. So, jetzt. Pass auf. Ich bin runtergefallen hier. Ach, klar. Leider. Ich bin tot. Okay. Und du? Ich bin hier. Zeig mal. Zeig mal. Ich muss dich mal spectate ein bisschen. Da. Oh, ja. Du bist auch so gut wie du. Du bist auch so gut wie tot. Ja. Guck mal. Hier ist eine Leiter. Rechts. Ja. Siehst du die? Ja. Da kannst du hochgehen. Oh. Wenn ich dann verliere... Äh, ich verliere einfach... Ich verliere so oder so. Alter. Ja. Nein. Aber vielleicht... Vielleicht hältst du ja bis zum Deathmatch durch. Dann wärst du, glaube ich, äh, einer der wenigen Spieler, der mit gar nichts, mit gar nichts bis zum Deathmatch durchhält. Das, das wär... Wann ist denn das? Äh, in... Ich weiß gar nicht. So in einer halben Stunde. Achtung hinter dir. Lauf einfach. Oh, 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 du bist tot. Ja, Mann. BAM. Gut, da hab ich dir zu spät gesagt. Bescheid gesagt. Wir können ja mal auf... GOMMA HD gehen. Während der Aufnahme. Ja. Können wir mal machen. Mal gucken. Vielleicht werde ich das ja rausschneiden. Aber wenn ich das bis jetzt nicht rausgeschneidet habe, dann werde ich das auch nicht schneiden. So, und da sind wir wieder. Ich hab die ganze Scheiße jetzt mal vorher rausgeschritten, weil wir überhaupt kein Spiel gefunden haben. Natürlich ist immer noch dabei der Julius hier. Ja, hallo. Tag. Und wir sch... Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir eine Runde One in the Chamber spielen auf Five, weil... Äh, auf... Gehen sollte nicht gehen. Sollte gehen. Sollte gehen. Sollte nicht gehen. Doch, jetzt. So, dann lass mal in One in the Chamber... Äh, weiß ich gar nicht. Warte mal. Komm mal, One in the Chamber... Neun. Okay? Ja. Siehst du das? Siehst du die Neun? One in the Chamber Neun? Ja, ähm... Ja, sei drin. Ja, sei drin. Wie lange geht die Aufnahme? Ich weiß nicht. Ich denke mal, die Runde werde ich noch spielen. Ich muss ja gucken. Ich habe ja die ganze Scheiße vorher weggeschnitten, wie lange das Video dann ist. Also, es könnte sein, dass das Video nicht ganz so lang ist, weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wie lange... Äh, wie viel ich da wegschneiden muss. Aber, ich denke mal, wenn wir jetzt noch eine Runde spielen, ein bisschen durchhalten. Du weißt ja jetzt, äh, wie das geht, das Spiel. So ein bisschen. Und ich hoffe, dass ich nicht, oder... Dass es halt jetzt nicht so stark leckt. Weil das hat mich schon gerade ein bisschen behindert. ööööö behindert. So, bist du da. Bist du. Hier. Hättet ihr den Skin eigentlich gemacht Oder hast du den einfach irgendwo Gedownloadet Den hab ich selber gemacht Im Internet so gedownloadet Den hast du selber gemacht Okay Gut, dann warten wir jetzt noch 14, 13 Sekunden Dann hoffen wir mal, dass die Runde etwas erfolgreicher ist Wir spielen glaube ich die selbe Runde Oder dieselbe Map Wie beim letzten Mal Also wie Gerade eben auch, ja So jetzt gucken wir mal Ich werde dich leider gleich töten müssen, weil ich stehe direkt hier Ich werde dich leider gleich umbringen müssen Und hinter dir ist gerade auch jemand, zack Mann Ja Du musst halt schnell Ja, genau Jetzt werde ich wieder von hinten überall gekillt Ich auch, das geht so schwer hier Ja, das ist, alter Wenn ich spawne, da steht er Du kannst so Du kannst so schnell gar nicht schauen, ey Du kannst so schnell gar nicht schauen, du wirst gekillt Oh, ich seh nichts, ich seh nichts Alter, ich hab den nicht gesehen Ich hab den Typ nicht gesehen So, tot Wie viele Kills hast du? Null Null Nee, ein Ein Nee, ein Kill Stark Oder? Wo sieh ich das? Rechts Zack Oh, ich hab jetzt gerade mal drei Kills hintereinander Drei Kills hintereinander, Junge Ich hab nur noch ein Leben One Life Ja, genau, alter Da stand jemand gerade genau um die Ecke Und hat gewartet Bis ich da hinkomme Aber ich bin bis Lang auf Platz zwei Ich bin zweiter Hier will jemand Street machen mit mir Äh Und ich bin raus Oh, ich hab Oh, super Nice Nice shot Ich bin auf Platz eins Hände mal rechts kurz gucken Witzig Ich bin auf Platz eins Zehn Kills Oh, nee Ich hab noch, äh Ein Leben Wollte ich dir sagen Ich hab null Ich habe noch genau Ein Leben Oh Oh Alter Jetzt bin ich gerade mal gut Gut dabei Oh Geil Ich geh gerade mal richtig ab Oh 13 Kills Komm, wenigstens die Runde gewinnen Aber Oh, jetzt bin ich auch tot Jetzt bin ich auch tot Aber lass mich Nochmal kurz fürs Thumbnail Ah, nee, fürs Thumbnail nicht Hab ich ja eh Äh, eigene Aber lass mich Nochmal kurz, äh Abwarten die Runde Ob ich dann wirklich gewonnen habe Oder, ja, okay Ich werde sowieso nicht mehr gewinnen Du hast verloren Ja, ich bin zweiter Gut, dann machen wir nochmal Slash ab Dann können wir nochmal In ein paar Betten Weil ich halt nicht Ganz genau weiß Wie viel ich da wegschneiden muss Weil es kann sein Dass der Part schon Zehn oder elf Minuten lang ist Äh, und deswegen Ja, machen wir jetzt hier Einfach mal Schluss, würde ich sagen Vielen Dank an den Nudels Äh, dass er mit Dabei war Ja, dass du mich gefühlt hast Und dann, ja Sehen wir uns bei der nächsten Folge Hau da rein Ciao Ciao